Eiszauber beim Berliner TSC im Erika-Hess-Stadion. 180 kleine und große Mitglieder präsentierten ihr Können ganz nach dem Motto, mein Name ist Mensch. Super, die ist ausgelassen, klasse, die Leute freuen sich, richtig toll, begeisterungsfreudig, fantastisch einfach. Tolle Stimmung, wenn man zu Weihnachten so eine wundervolle Show sehen kann, sind alle Menschen glücklich und ja, wir wollen ja mit unserem Eislaufen die Menschen auch beglücken. Insofern ist das einfach wundervoll, auch dabei zu sein. Durch die Show führte ein junges Mädchen, welches sich sehr allein in dieser großen, weiten Welt fühlt. Zuschauer begleiten ihre Suche nach neuen Freundschaften. Das Motto wird tänzerisch und athletisch vorgeführt. Die ganzen kleinen Kinder und auch Erwachsene zeigen möchten, was sie in diesem Jahr im Eislaufen schon gelernt haben oder über die Jahre hinweg. Das volle Eis-Stadion darf sich nicht nur auf die Aktiven freuen, sondern auch auf Special Guest Christine Stüber-Erath, 1974 Weltmeisterin im Eiskunstlauf. Dass man sich eben wie schwebend über das Eis bewegen kann, das ist eine Sportart ja für alt und jung. Ja, wir haben alle Spaß am Eislaufen und das macht auch den Verein so aus. Nicht nur Einzelläufer lassen die Zuschauer staunen, auch Paare und Grün-Kron-Tipps. Früher haben wir auch schon sehr viele Shows gemacht, auch zu Weihnachten und da waren wir auch mal sehr aufgeregt und man hat das ja hinter den Kulissen gespürt. Ich war da mittendrin. Die konnten auch gar nicht ruhig sein und sie konnten auch gar nicht ruhig stehen, aber sie haben das so zauberhaft gemacht. Nachdem die Zuschauer verzaubert wurden, durften sie sich auch mal selbst ausprobieren, denn im Anschluss fand eine Eisdisco für alle statt. Jeder arbeitet mit jedem, jeder hat sein Aufgabengebiet gefunden und ich muss jetzt auch noch mal dazusagen, es ist alles ehrenamtlich und das zeichnet eben wirklich diese Show auch aus. Da ist keiner neidisch auf den anderen und also wir arbeiten gerne zusammen alle. Und lassen sie sich im nächsten Jahr doch auch von klein und groß des Berliner TSC verzaubern. Auch wir sind auf das neue Motto schon sehr gespannt und freuen uns wieder dabei zu sein.